Musik Wir wollen euch die Burkalde vorstellen. Hier in der Natur des Nordschwarzwaldes lernen und arbeiten etwa 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam unter einem Dach. In familienähnlichen Wohngruppen leben Jungen und Mädchen verschiedenen Alters mit ihren Betreuern zusammen. In Kleinklassen unterrichtet der Lehrer seine Schüler von der ersten bis zur Abschlussklasse auf Grundlage der Waldorfpädagogik nach Rudolfsteiner. Ziel unserer Arbeit ist es, den Kindern und Jugendlichen in einer liebevollen und fördernden Umgebung durch gezielte pädagogische und therapeutische Hilfen die Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu ermöglichen. Musisch-künstlerische und praktische Fächer sind wichtiger Bestandteil der Waldorfpädagogik. Beim Zirkus und Theaterspielen wachsen die Kinder über sich selbst hinaus. Nach langem, geduldigem Üben gelingen Kunststücke, die alle zum Staunen bringen und die den Kindern Freude und Selbstvertrauen geben. Nach so vielen Erlebnissen in der Wohngruppe, in der Schule und in der Freizeit gehen die Kinder müde und zufrieden zu Bett und freuen sich schon auf den nächsten Tag. Bis zum nächsten Tag!